Ja, heute gibt es ein Tiroler Gröstl mit Selchfleisch. Zuerst schneiden wir die Zwiebeln, so fein wie möglich wie immer. Dann den Schnittlauch, umso mehr, umso besser, kann man nicht genug haben. Und das Selchfleisch in 1x1 cm große Würfel. Die Kartoffeln schneiden wir in Spalten, egal ob mehlig oder festkochend. So, nun rösten wir den Speck und den Zwiebeln an. Nur eine leichte Bräunung, nicht zu dunkel. Und dann geben wir das Selchfleisch dazu. Schwenken das Ganze ab, bis es gut warm ist. Geben es in einen Teller und braten dann unsere Kartoffeln goldbraun an. Wenn sie dann schön goldbraun sind, geben wir unser Selchfleisch wieder dazu. Wurzeln das Ganze mit Salz, Pfeffer, Kümmel, Majoran und Dymian. Schwenken das Ganze durch, bis es heiß ist. Und servieren es dann mit einem Spiegelei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.